So, Leute, willkommen zurück. Crossout geht weiter und heute ist kein Wixbox dabei, sondern der Grave ist wieder mit an Bord. Ist ja schön, dass du wenigstens wieder mitspielst. Wir werden uns, wir haben ein paar Tage gar nicht mehr gespielt, also deswegen ist auch meine Season abgelaufen und ich müsste wieder eine neue anfangen, leider. Aber das interessiert uns jetzt gerade mal gar nicht, weil wir, wir machen mal den, du hast den Convoy ja noch nicht gespielt, dann spielen wir einmal den Convoy. Ist auch ganz lustig. Convoy, Convoy, Convoy. Hast du schon Akzept gedrückt, ja, ne? Ne. Möchte das nicht. Das ist nicht gut. Perfekt, geht ja schnell. Das haben sie übrigens auch geändert, ne? Du kommst ja jetzt überall und immer rein. Oh, Kuka, bitte. Was haben wir denn da? 4.800 hat der. Was muss ich denn machen? Wir müssen durch den... Den Convoy, der hier links fährt, den müssen wir verteidigen. Ah, okay. Das war's. Der sieht cool aus hier. Hm, der Sitz... Achso, du meinst der Kleine hier, der, dieser Kukko... Kukaratscha. Kukaratscha. Na, Kukaratscha. Da ist der umso hässlicher der andere. Oh je. Oh je. So, die kommen jetzt hier oben links auf den Berg, genau. Da, wo der Radchen schießt. Oh, womit schießt der denn da bitte? Der Konvoi fährt übrigens mal einfach alles platt. Das interessiert dem gar nicht, was da rumfährt. Erstes Blatt. da kommen ziemlich viele also du hast deine kanonen drauf das kann nicht sein es ist ein bisschen an wie der vom wie heißt das nochmal das spiel da macht er doch auch diese diese eine fahrzeug da mit diesem der eiswagen ich weiß doch die eiskugeln ab oder sowas die artillerie kommt nach also bisher hatten wir noch kein problem mit dem kompoll gehabt vor allem wenn die die deppen von computerspielern den von hinten haben explodieren die immer da musste einfach mit drauf schießen dann kriegst du die ganze zeit die kels du machst gar nicht dafür mir gefällt der der kompoll richtig gut bis auf den gerüchten gegen den großen ich bin nicht so schnell hat er so viel so viel kugeln dass er so viel schießen kann den dingen und dass der unendlich hat nicht so schnell ist langsam ne du hast die ketten glaube ich noch drauf habe ich was schießen die hier sind die an die wirklich wie so wie so ein kaugummi automat das ist ein granat werfen ich muss sagen wenn du stirbst müssen wir von anfang an nein ich werde jetzt in teilweise ja ganz länger ganz ganz schlinger schlinder ding schlinder der ganz schlingelder schlingeler kommen da oben oben rechts ist die leider kommen die 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 gruppen ja ich sehe jetzt endlich mal wieder auf meinen lack zu schießen warum schießen die meine reihe auch wenn ich nicht entschießen sie entspringen sollen das ist doof und 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 wo ich mich hin hingesetzt habe guck mal und und kann gar nicht gucken und ich krieg dafür abzeichnen dass ich hüpfe hüpfe und und hüpfe und hüpfe ach leck mich scheiße immer diese flaschen da geht ganz schön was ripp gerade mhm es kommen auch ziemlich viele es schlägt es schlägt ziemlich ich ich bohr dich weg ah ne ich muss nur sagen sagen ich sag ja jedes mal bohren oh der ist aber schon ziemlich am arsch ne mhm Gott oh Gott oh Gott Hilfe hast du auf der der Konvoi da ist doch Essen da ist Essen drin Döner Döner macht Döner Boah 35% noch hallo ich weiß noch nicht an die anderen sind aber schon da ich hab keine Munition ne nein oh die schießen mich aber auch grad hier scheiße dass ich mich da gerade eben aufgesetzt habe auf den oh man das schaffen wir nicht scheiße nein lass den in Ruhe nein 6% schießt auf mich schießt auf mich lasst mich zurück oh nein das hab ich aber noch nicht geschafft dass ich den den äh dass er kaputt gegangen ist aber wir haben glaube ich auch auf easy gespielt ich glaub deswegen war das so schwer ich glaub das das war jetzt grad auf äh extrem heavy middle mittel heavy metal was hab ich denn da bekommen was ist das tumbler got helped five times ich hab mir grad selber geholfen helfen sie sie selber mach mal kurz was umbauen so geht das nicht so geht das nicht so geht das nicht der kommt weg der anslick ist gerade übrigens online komm den nimm mal mit wer das ist äh einer der bei mir mit guckt komm wir laden den mal mit ein lad ihn ein sch sch oh ist dabei oder man lernt ziemlich schnell gerissen der level das egal kann man was schreiben hier ne hab ich doch gar nicht gemacht alles klar generell generell ist das ist falsch ne ich muss irgendwie in den anderen chat schreiben wie geht denn das wie schreibt man denn hier golden wie schreibt man denn die Pate Schreib mal den Paten. Wie schreib mal den Paten? So, das noch anmalen. Ah, ja. Wie macht man das denn hier, Team Chat? Muss man hier irgendwas drücken? Klar, will er jetzt gleich sagen. Man muss auf Channely klicken. Ich schaue es. Okay, machen wir es so. Okay. 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 Überheiz. Konvoi. Ähm. Komm, jetzt aber. Jetzt schaffen wir es. Ich will mal, auf einmal habe ich mich selber gekillt. Das war ein bisschen dämlich. Keine Kommentare, will ich. Ich will keine Kommentare. Aber der erste Schritt zur Selbsthilfe ist ja die Einsicht. Nein. 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 Nein, nicht. Abonnieren Sie mich. Abonnieren Sie mich. In meinen Kommentaren werden Sie gebannt und gelöscht, wenn Sie was gegen mich schreiben. Jetzt ist jetzt endlich los. Das mache ich immer so mit die Abonnenten. Und die Friends. Ich muss jetzt, ach, ich kann auch umziehen hier. Ich habe hier eine Klimaanlage an. Das ist so eiskalt gerade jetzt hier drin. Ich komme, ich mache die mal aus. Du hast eine Klimaanlage? Klar, Klimaanlage, hallo. In jedem Zimmer habe ich eine Klimaanlage. Muss. Ist doch heiß hier. Bekomme ich so auch eine? Du kriegst eine direkt am Bett. Über die Kopf. First Blood. Noch nein. Ich dachte, man kann die Kanonen unterschiedlich schießen. Also mit linker und rechter Maustaste. Jetzt geht es aber beide nur mit einer Taste. Das sind die gleichen. Die gleiche Type, oder? Das sind zwei verschiedene. Eine ist, dass die Kleine und das Handel ist die Größere. Eine voll behindert auch da. Weg da! Boah, kommen noch mehr. Wo ist die denn hier? Wie viele Kugel hast denn du? Dein. Drei mal zehn. Ich habe immer nur auf einen Schlag machen können. Oh, kann der hinter mir aufhören zu schießen? dort 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 was nicht haben den krieger sind den reifen haben schon den reifen kaputt sind ja toll an jetzt habe ich nur noch drei längstangen manno ganz dick hat ein cooles fahrzeug ziemlich schnell kleiner bohrer aber wir müssen schwer zu lenken sehe ich gerade ich bin ja ich bin ja auch also die kategorie ziemlich leicht und wenn dann jemand im welchen bosskampf so eine mehrere kleine ganz hat also diese maschinen ganz da wirst du die ganze weg geschossen durch die ganze gegend ja ein panzer wiegt auf jeden 12.000 oder so Prozent jürgens bei jajaja kam jetzt aber über mich ja die die hier die gewichtsverlagerung meines fahrzeuges auch ein bisschen schlecht wenn ich sobald ich den reifen ab habe dann fällt der immer vorne über fast ab 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 ja, du, du, da. Oh man. Hans-Leg versteckt sich im Gras, oder was? Legt dich auf die Lauer. Oh, die geht nervt. Aha, keine Waffen mehr. Arschgesicht. Haha, du auch nicht. Oh Mann, ich krieg das Fahrzeug gar nicht gesteuert und der eine Reifen fehlt nur und dann ist schon das ganze Ding hier unausbalanciert. Bist du so langsam? Ja, ich bin ein bisschen hinterher. Du musst dich einfach vor dem, du musst dich von dem Konvoi schieben lassen. Was macht der? Was macht der? Den kenn ich. Was macht der? Mann, ich will jetzt auch mal schießen. Mann, ey. Ja, jetzt aber. Komm schon. Ja, da haben die Menschen in den Reihen. Boah. Und dann trifft man nicht. Ja, boah, ich treffe ihn. Okay. Dass du immer triffst, das ist ja toll. Da kommt noch mehr wieder von vorne welche. Von hinten und von vorne. Das ist ja wie eine schöne Reihe hier. Oh, ich bin aber auch gleich kaputt. Das kannst du nicht machen. Meine Kanonen fehlt vorne, meine große. Da kommt mein Ding, ist aber sehr nett. Die Runde läuft schon ein ganzes Stückchen besser. Verarscht, jetzt hat er mir auch den anderen Reifen abgeschossen. Mann. Ich bin hier Reifen los. Jetzt habe ich gar keine Reifen mehr hier. Was ist denn hier so heftig? Boah, weggefetzt haben sie mich. Eine Schemmdung. Oh, ich bin gerade erst gespawnt. Mein Gott, wie viel schießen denn hier? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, ich will nicht. Oh nein. Man sollte nicht nach hinten gucken. Und saufen beim Fahren. Das landet man doch schon in der Arsch, ohne Junge. Dass man saufen beim Fahren soll. Mhm. Ganz viel. Und immer auf den Linksverkehr achten. Nein, geh weg. Wie sie sich da vorschmeißen denn? Die fängt mir fest. Nein, geh zu dem Konvoi. Nein, geh zu dem Konvoi. Nein. Noch mehr, du. Mach lebende Schutzschild. Oh, meine große Kanone ist schon wieder kaputt hier. Oh, da kommen die. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das war kaputt. Was, was? Nein! Nur noch eins. Wie kommt das denn? Ich halte sie auf. Ich halte sie auf. Nein. Ich habe nur noch einen Schuss. Der ist gleich am Ziel. Der ist gleich am Ziel. Schießt ihm die Kanonen weg. Ja. Oh Gott. Ich konnte nicht mehr fahren. Mein Auto ist immer am Brennen gewesen. Warum hat er denn noch eins gehabt? Ich habe keine Ahnung. Da kommen auch ziemlich viele und die schießen wie die Irren auf einem. Demo, Mann. Das war so gewollt. Kann ich jetzt, kann ich das vielleicht trotzdem machen, was ich jetzt hier machen will? Geht das? Ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Also meine Reifen fallen jedes Mal ab, aber ich habe leider keine Bauteile mehr, um das irgendwie so ein bisschen zu schützen, das ganze Ding. Ich wollte sowieso mal das Fahrzeug mal ein bisschen verändern. Ich speichere das ab und dann mache ich mal ein komplett neues Fahrzeug. Jetzt. Nicht, nicht, nicht jetzt. Jetzt geht es Invasion. Fragen wir es mal. Gucken wir mal, ob der Ansleg das mitmachen möchte. Siggi, 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 Bum, Bum. Ach, den Haken direkt rausgenommen. Nein. Vielleicht ein anderes Fahrzeug nehmen. Er verlässt die Gruppe sofort. Weiß nicht, der hat bestimmt, gerade eben, als wir ihn eingeladen haben, war er ja 2000 sonst was. Da hat er bestimmt eben so ein, da brauche ich fix einen anderen Wagen. Lass mal. 4.000, jetzt geht es gleich höher, 5.000, 10.000. Was ist das für ein Leben eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, was sehen. Das kann ich sehen, wenn ich hier... Er ist bereit. Von der Position ist der auch ziemlich hoch im Ranking ist der 3.900 Platz in der, weiß nicht, World Ration hier. Das geht, fertig, bist du fertig? Okay, dann können wir los, ne? Okay. In welchen? Okay. Ich will unbedingt so eine Auto... Das hat aber Konvoi gemacht. Nein. In welchen? Das steht aber bei mir normal Konvoi-Escort. Nochmal raus. So, in welchen? So. Jetzt steht es da. Du Lügner. Ich kenn dich. Mach dich eh mehr so mit dir. Super. Ach so. So hätte das mal vor ein paar Monaten sein sollen, ne? Zack, zack. direkt ins Spiel. Oh, der ist cool von dem. Links neben mir. Weiß ich, ob das Anzleger jetzt ist, oder Zloikodun. Zloikodun. Keine Ahnung, ich seh nichts. Ich kann nichts drehen. Ich bin die erste... Links neben mir. Das sieht cool aus. Voll klein. Eine sehr niedrige Silhouette. Fahr mal, du solltest. Oh. Schütz mich, Grave! Schütz mich! Ich versuche nicht, die Reifen abzuschießen. Oh, da ist dieser, der Mini-Van, der nervt. Der ist immer gefährlich, da muss man immer aufpassen. So, hör auf, du willst mir nur die Reifen abschießen. Wo ist denn der Gegner? Der Große? Er ist da links. Heftig, ne? Er hat jetzt, was hat er genommen für Teile, also Raketenwerfer, ne? Ganz gemütlich. Bist du gewesen? Du hast ihn nur noch gehabt gekillt. Ich hab' nen Nackt potentially. Oh Gott, da ist er, oh Gott, da ist er! Oh no, oh no, oh non, oh non, oh non, oh nein, oh nein, oh noch machinery schiebt. Ich kann ja nicht mehr, boah, ich bin Dreck, so gefetzt worden, mit einem Schuss. Ja, he an die Wand. Nagelt ihn fest. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, 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 oh. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe mich nicht gesehen. Scheiße, ich will nicht sterben. Ich bin noch jung. Nerv mich nicht, die zwei Penner. Einer, geht doch. Lass sie, lass sie. Nicht killen, nicht killen, nicht killen. Weil solange die keine Waffen haben, können die nämlich nichts machen. So. Oh nein, oh nein, der Minivan, oh nein, ich bin nicht mehr... Oh, der hat... Nein, der fucking Minivan hat mich gekillt, oder was? Nee, der Große. Mist. Wie war der da? Dank. Oh. Oh, der Anstlich ist aber auch gerade weggefetzt worden. Was ich nicht verstehe, warum macht der auch so ein kleines Bauteil, so ein schwaches Bauteil, die Anst drauf. Geht doch vollstück gut. Das machen aber viele, weil der, äh, äh, die, diese Bauteile, die, ähm, trifft man gar nicht. Weil der so... Boah, nein, nein. Ja, aber wen noch die, Mann, das kriegt ja gleich alles wieder. Boah, keine Chance. Hast du gesehen, wie die... Ist doch voll, voll, das... Guck mal, wie schnell der Turm jetzt gekillt wird. Rrrr. Aber ich hab Hunter bekommen. Not but, not but. Ist er dort, der Part? Hm. So, nochmal. Das sind, das sind ja so die Fahrzeuge, die ich meinte. Ich bin gerade um die Ecke gefahren, hab das leider nicht gesehen, dass er da an der Ecke, äh, genau in dieser Ecke war. Bin gerade vorbeigefahren, hat er mich weggeschoben mit seinen ganzen Kanonen. Hast du ready gedrückt? Hm, hm. Hat er geschrieben, hat er irgendwas geschrieben, weißt du, das reinzufällig? Nee. Doch, hat er dich. Weil er noch nicht angenommen hat. Vielleicht bastelt er gerade noch. Also wie gesagt, das sehe ich bei vielen. Die bauen sogar noch höher drauf. Ja, aber das verstehe ich eben. Wenn man die, 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 die Bauteile trifft, ist das Ding weg, ganz klar. Aber man muss es erst mal treffen, bei der Fahrt und so schnell. Und du hast das Gute ist, du musst auf, äh, du kannst von oben irgendwo runterschießen. Wenn du nämlich das Teil vorne drauf hast, dann wird das immer, das hab ich bei mir bemerkt, als ich das, die bessere Waffe, vorne auf der Motorhaube hatte. Da war das ganz gut geschützt drumherum, aber die war nur als erstes weg. Und dann hab ich... Ich hab jetzt die ganze Zeit kein einziges Mal die Kanone verloren. Okay. Immer den Rest drumherum, nur. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit den großen Kanonen, ob die mehr Schutz haben, weil meine kleinen Kanonen, die fliegen immer weg, andauernd. Wir sind nur zu dritt. Fuck. Da kommt er. Der Archie. Archie. Ach, Mann. Oh, was ist das auf einer? Das ist cool aus. Was hat der für Waffen, der, dieser, äh, Armin? Keine Ahnung, MGs. Ja, die hat diese MGs, deswegen darf ich nicht dahin. Guck, zack, da fliegen mir schon die Reifen weg. Hm. Nein. Oha. Ja, der kleine, der kleine Welle ist hier. Was schießt denn hier auf mich? Komm noch mal kleiner, der Boss. Der Boss ist hinter mir. Der Boss ist hinter mir. Mama. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin weg. Ich bin zur Mama. Mann, guck mal, der hat mich einfach geschoben mit seinen scheiß Kanonen. Ist das nicht der gleiche schon von eben? Nein. Das sieht genauso geschaut aus. Scheiß, jetzt bin ich schon wieder tot. Mist. Ja, jetzt habe ich keine Moon mehr. Schießt mich kaputt. Nein, jetzt muss ich ran. Ja, diese kleinen Vans, die sind echt gefährlich. Weil die machen viel zu viel Schaden, wenn die mal treffen. Die triffst du auch vor allem fast nicht. Die Kanone zumindest. Ah, zum Glück. Ich hoffe, dass so einer, einer kommt mit so einer dicken Kanone. Da ist einer. Das ist er. Hungerred Ice. Was hat der? Dicken Kanonen oder hat der Mashing Guns? MGs. MGs. Ganz viele MGs. Ach, Mann. Alter, der viele MGs. Ja, ist doch scheiße. Gott, der ist weggeschossen. Hat er den Turm kaputt gemacht? Ja. Ach, Mann. Vor allem wie schnell. Er war ja auch bei 60%. Aber das finde ich doof. Wenn so lange noch Spieler da sind, sollte er lieber die Spieler angreifen. Das war doof. Soll er uns doch angreifen? Wir waren doch noch zu dritt da auf dem Platz. Letzte Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Bruder. Runde, so. Letzte Runde. Invasion. Aber diese, diese Minigun, die der, der, der Anstlick vorne drauf hatte, ich liebe sie. Ah, das ist so ein cooles Teil. Oh, mon dieu, elizy. Oh, mon dieu, elizy. Oh, mon dieu, elizy. Amour, el amour. Prost. Wir haben einen Gladiator dabei. Der kann nicht schief gehen. Der hat jetzt alles, wird alles gut. Das sieht aber cool aus, der Gladiator. Oh, der sieht aber cool aus, ey. Oh, nein. Was ist denn das hier? Mann, ey. Krass. Der sieht gut aus, ne? Aber keine Chance, ey. Ich wollte den vielleicht gerade mal ein bisschen zu sägen. Das habe ich in ein paar Invasion schon mal gemacht. Wenn die nämlich die großen Kanonen haben, dann können die nämlich nicht genau nach unten schießen. Dann hängst du an ihm dran und sägst den die ganze Zeit in die Wand. Aber das war jetzt gerade ein bisschen behindert. Ich bin ja wirklich da reingefahren, wie so ein Trottel. Was ist denn denn? Aua. Ich habe jetzt nur noch mein letztes Fahrzeug. Ich will jetzt nicht schon sterben, ne? Keine Munition mehr und ich werde hier belagert. Nein, nicht mich abschießen. Nein, nein, lass mich. Oh, der hat keine Munition mehr. Nicht? Naja, der hat aber noch die Autogun. Die Autogun hat ja unendlich. Der schießt nicht mehr auf mich gerade. Und die anderen haben auch keine Munition mehr. Die stehen hier rum. Ja, schießt keiner. Ja, ich habe ihn gekillt. Lass sie uns leben. Kannst du leben lassen. Ja, lass sie dich. Was mache ich jetzt? Du kannst nicht selfkill. Escape und dann selfkill. Ja, ich dachte, ich kann mich jetzt noch ein bisschen ablenken. Aber gut. Da kommt schon einer. Oh, wei. Der ist ziemlich schnell und hat ganz, ganz viele Raketen. Der Turm geht auch ziemlich schnell runter. Oh, ist der schnell. Aha. Oh, Mann. Was hat mich denn alles getroffen? Alle beide Reifen direkt weg. Oh, Mann. Nervt mich nicht. Jetzt rammt der mich um. Was ist hier kaputt? Nein, ich kann nichts mehr machen. Er liegt auf dem Kopf. Ich kann nichts machen. Ich liegt auch auf dem Kopf. Und ich habe meinen Bumper verloren. Oder Dinger ist. Der rammt mich tot, der Gegner. Was ist das denn hier? Komm. Kopf, du Arschgesicht. Mist. Ich kann mein... Ich komme mir vor wie so ein bisschen schuld. Ja, ich kann hinten hinschießen. Ja, ich kann auf den Gegner schießen. Munition sparen gerade. Das ist aber der vorderste Gegner, ne? Nein. Juhu. Das schaffe ich noch. Aber Leute, ich mache das jetzt ganz alleine. Kannst du mich mal umschmeißen, Grave? Komm mal zu mir. Ich mache mich mal wieder gerade. Ich komme mir vor wie so ein Bekloppte hier. Oh, da ist der. Da ist er. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Hilfe. Oh, der habe ich weggebracht. Das mache ich alleine jetzt hier. Komm, wie ich aussehe. Guck mal. Oh, ist der fett. Oh, der fährt ja so mega langsam. Was hat denn der alles? Das ist ultra schwer. Also, den auseinanderzukriegen, Respekt. Das ist wahnsinnig stark. Ich hätte irgendetwas noch kaputt machen können. Nein, ich gebe nicht auf. Nein. Mann, ey. Shit. Scheiß. Aber mein Wagen ist auch dafür irgendwie nicht geeignet. Das ist echt scheiße. Oh Mann. Ich bin ja schon beim zweiten Gegner komplett weg. Beim ersten Gegner war ich ja schon das erste Mal kaputt. Beim zweiten Gegner bin ich dann komplett durch die Gegend gefetzt worden. Und hat er mich einfach da liegen lassen. Und dann lag ich dann da so gesehen mit ohne. Ohne vier Reifen. Und das war's. Das ist zu leicht. Und hast du zu wenig Gans. Nix dickes hat er. Ja, leider habe ich zu wenig Gans. Ich kann aber nicht mehr drauf bauen. Dann müsste ich jetzt noch so ein Energy-Ding-Bungs bauen. Muss ich mal machen. Muss ich mal machen. Er hat einfach nix dickes. Doch. Ganz sicher. Ganz oben die ist dick. Ich muss mal gucken, was kann ich denn noch bauen. Ich müsste noch mal irgendeine Batterie bauen, damit ich noch mehr von den Dingern draufbauen kann. Batterie. Okay, Leute. Das war's. Die Runde ist vorbei. Das war der Mega-Loose. Nein. Das war eigentlich ganz cool. Auch ganz lustig mit dem Anzeige zu spielen. Mal gucken, was er hat mir gefallen, was er für Fahrzeuge hat. Und was er auch, wie er die Fahrzeuge nutzt. Ja. Mir hat der Bora natürlich ziemlich gut gefallen. Das erste Fahrzeug beim Konvoi. Aber es ist natürlich meine Kategorie. Also nix schweres. Aber hast du, du hast mir gemerkt, er hat ja übrigens die Kategorie von mir gehabt. Und dann hat er auch noch welche von diesem Flugzeug. Also der ist dann schon ein Stückchen weiter vom Level. Okay. Das war's, Leute. Daumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.